Hallo, ich bin der Manuel. Begwünscht. Kauf dir Mehl. Komm mal her, komm mal her, Sil, Sil, komm mal her. Erstmal Copyright, jawohl. Computer sagt nein. Warum zu lazy, Mann? Okay, dein Leben zu lazy. Dragon, lazy. Ich glaube nicht. Junge, Dragon, musst du immer mit dem Kopf durch die Wand. Hallo, Sel. Dragon. Dragon. Oh, hab ihn gefickt. Sel ist noch da, Dragon redet nicht mit mir. Ich komme wieder zu dir. Wahrscheinlich wieder hochkonzentriert. Nein. Wo rennst du hin? Der kapiert, der kapiert, oh. Ich brauch Schild. Ach, wirklich? Ich wollte erst mal noch raus, aber du hast nur mal den Weg blockiert. Tut mir leid. Dann nimm einen anderen Weg. Junge. Das ist der Weg. Ah, hör auf mit Englisch, Alter. Wir sind hier Deutsch und wir sprechen Deutsch. Hallamalaikum. Halamalaikum. Und abonniere mich für mehr geilen Scheiß. Schau meine Videos und lass dich unterhalten. Egal ob Tag oder Nacht, du wirst nicht abschalten. Mit meinem Humor bring ich dich zum Lachen. Und, und, und meines Geld.